Alright, was haben wir hier? Das nächste ist von... Oh, das nächste ist von Alex. Der macht unsere Edeltalk-Tiktoks und der hat auch schon so ein paar 3D-Animationen gemacht. Ich bin sehr gespannt, was das da war. Yo, 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 yo! Alter, mach das nie wieder! Ich hatte Angst, Kevin, Mann! Hallo! Ich hab meine Hose, alles nass! Und ich hab Curse of Binding auf der Hose! Ja! Oh mein Gott, das ist Das ist sehr, 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 sehr stark, Bro. Das ist sehr, 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 sehr stark. Holy shit. Alter. Willst du das rippen und einfach auf meinem TikTok hochladen und dich selber verlinken? Ich glaub, du hast Logindaten. Loser. Yo, 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 yo! Alter, mach das nie wieder! Ich hatte Angst, Kevin, Mann! Hallo! Ich hab meine Hose, alles nass! Und ich hab Curse of Binding auf der Hose! Bro, das ist sehr, 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 sehr gutes, sehr, 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 sehr gutes Video. Ey, Shoutout, Mann! Shoutout, Mann, Alex! Sehr...